Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Hi-Fi 2 und ich sterbe schon wieder. Toller Einfang, ne? So, wir sind hier jetzt schon gegangen. Ich glaube, das letzte Mal ist es abgestürzt. Toll. Warte. Das bedeutet, dass ich hier jetzt schon die Hälfte abgezogen bekommen habe. So. Interessant, wenn ich mit einer Maßstab zu machen, kann ich nur so halb zoomen. Da hängt der Kollege hier. Komm, es war doch eine Heilung. So. Äh. Wurde ich hier durch? Äh. Na klar. Ich muss natürlich hier durch, aber... Geh in Deckung, du Idiot. Ich sterbe. Wie soll ich die kaputt machen? Wir hoffen genau die Granate da rein. Die ist doch genau reingefürgen. Die sind doch nicht so. Die sind doch nicht so. Ich geh in Deckung. Nimm mal die Granate da rein. Und dann, wo die ich mich in Deckung geschlagen habe. ja es war wie komme ich hier oft doch zeig meinen weg ja ich muss sterben in der analytic mod ist das ziemlich schwer gemacht getroffen nein das erledigt ja nicht viel rauf auf dem dach ja wo geht es hier auf dem dach hier rum wo hier lang hier entlang gordon ja geh vor hier ja ja barney hilf mir einfach dann ist es für mich viel einfacher ja das ist ihnen doch so schwer ist das doch nicht hilf mir doch boah der barney der macht gar nix kann das sein das ist ja halt das maul erst mal ja 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 das ist mit absicht gestorben weil es zu viel energie ab ab hier entlang auf star den haben wir getötet den haben wir auch getötet ja 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 halt die fresse barney der barney nervt ja ja warte ich muss nicht aufladen mein akku ist leer ganz auf gar nix macht das scheiße auf dort ist das tor muss es nur schnell aufmachen ja mach doch weniger labern mehr machen ja genau ich bleibe hier und halte diese tore so lange offen wie nötig ja und bring die brücke rüber wir brauchen nach möglichkeit verstärkung von überall her die kommen erst wenn die show vorbei ist wenn noch mehr bürger durchkommen schicke ich sie zu dir rauf wir sehen uns demnächst golden ja ja hat die fresse ok ok ja ladezeit das haben wir lang nicht gesehen eine ladezeit so ich hoffe mal es gibt kein problem mit ton weil ich hab da jetzt eine andere soundkarte und ich hoffe mal nicht dass das nicht falsch eingestellt ist geht es gleich ab 2d9 3d9 3d9 crowd Ich meine da gar nix. Was ist denn denn da? Was ist denn? Was ist denn da? Wo ist das Falschvieh? Ah da. Er ist kaputt. 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 so da ruft einer Combine da ruft einer Neue Raketen. Eben neue Raketen holen. Die Schlacht hier. Die Schlacht hier. Scheiße, Scheiße. Danke. Oh, da sind aber viele. Komm, renn vor, renn vor. Oh. Und irgendwie ist Half-Life 2 wieder abgestürzt. Naja, damit muss ich ja leider die Folge beenden. Ich hoffe mal, euch hat das Hypix gefallen. Könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Daumen nach oben geben, wenn ihr mal stört. Und Abo. Wenn ihr mal stört halt. Bis dahin. Ciao.